Hallo, dieses Video enthält ein kurzes Tutorial, das erklärt, wie Sie Ihre EBO Player Pro App verwenden. Sie werden feststellen, dass die EBO Player Pro App nicht wie andere Apps auf dem Markt mit Standardkanälen angeboten wird. Bitte beachten Sie, dass unsere App derzeit nur M3U und M3U Plus Links akzeptiert. Öffnen Sie zuerst die EBO Player Pro App. Auf dem Startbildschirm der App werden eine eindeutige Make-Adresse und ein Geräteschlüssel für Ihre App angezeigt. Diese finden Sie auch im Kontobereich der EBO Player Pro App. Notieren Sie sich Ihre Make-Adresse und Ihren Geräteschlüssel. Besuchen Sie die Seite https.doppel-slash-ebo-player.pro über den Webbrowser Ihres Mobilgeräts oder Ihren Computer. Klicken Sie im Menübereich auf Playlists verwalten. Geben Sie Ihre Make-Adresse und Ihren Geräteschlüssel ein und klicken Sie auf Anmelden. Und klicken Sie auf Wiedergabeliste hinzufügen oder XC-Wiedergabelisten hinzufügen. Geben Sie dann Ihre M3U-Wiedergabeliste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hochladen. Sie können Ihre Playlist als Link oder als M3U-Datei hochladen. Wenn Sie nicht wissen, was eine M3U-Wiedergabeliste ist, verwenden Sie bitte eine Google-Suchmaschine oder einen Webbrowser, um weitere Informationen und Details zu erhalten. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, müssen Sie nur noch die Wiedergabeliste aktualisieren oder die Anwendung neu starten. Sie können mehrere Wiedergabelisten in die IBO-Player-Pro-App hochladen. Sie können auch den Bildschirm Server ändern verwenden, um zwischen mehreren Listen zu wechseln, die Sie möglicherweise hochgeladen haben. Sie haben sieben Testtage Zeit, um unsere Anwendung zu testen. Nach Abschluss der Testphase müssen Sie die Anwendung aktivieren, um sie nutzen zu können. Um Ihr Gerät zu aktivieren, melden Sie sich bitte mit Ihrer Make-Adresse und Ihrem Geräteschlüssel auf unserer Website an. Und bitte klicken Sie auf Aktivieren, dann finden Sie die Zahlungsoption. Der Preis beträgt 7,99 Euro und ist lebenslang gültig. Viel Spaß mit Ihrer IBO-Player-Pro-App. Wenn Sie Hilfe benötigen, sehen Sie sich die vorherigen Schritte in diesem Video an oder besuchen Sie die Website https-doppelpunkt-doppel-slash-ib-op-a-punkt-pro.